Ja, bei sowas müsst ihr aufpassen. Ihr seht das hier, die Sonne scheint schon schön, aber hier entsteht Schatten von dem Zaun. Das sorgt dafür natürlich, dass dieses Solarpanel eine Anwirkung verliert und die Leistung, wenn dann zu viel abgedeckt ist, wirkt sich natürlich auf die im String hängenden anderen Solarpanel aus. Sowas müsst ihr mal aufpassen, dass man sowas nicht macht.